dann ich save ich ab los geht's rein da scheißegal wer hier drin ist so ein opening es ist so widerlich aber damit haben wir auch was was wir wollten alter das ist unnormal so weißt du wenn du dann nicht psychisch krank wirst daddy's fragile kann man hier noch irgendwie Evidences ne ne ja her komm wir gehen wir gehen direkt rein ich will nur jetzt nicht wegsterben äh seid ihr da? ja wir sind noch immer nicht durch die haben echt noch immer Leute so ja bist du da? okay gut die wollten splitten unbedingt nehmt ihr hat noch einen äh wo ist die Waffe da? Evidence haben wir ist nichts irgendwo ist noch einer oh ich hasse es immer den letzten zu suchen das wissen wir ja weißt du und dann hier noch ne Kinderparty haben so weißt du lasst uns da reingehen und gucken das ist noch nichts ja wir waren halt hier schon mal und hier war halt actually niemand gewesen das ist noch jemand der redet empty over here no contacts no no provide cover louis wo stimmen los 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 seid ihr da? seid ihr da? ja da ist noch jemand der redet bruder rein da got an opening here opening on the right move in and clear it copy that breaching opening on the left hier waren wir auch schon ne wo ist der letzte Suspekt? ist da noch einer erwischt ist da noch einer erwischt von außen wo habt ihr den denn da? der war mir war das der kameramann jetzt das nächste oder was? wir gehen jetzt alle runter noch ich will den noch restrain damit das auch durch ist aber wie kommt man am besten runter? keine ahnung sollen die den festnehmen wir gerne dem typen hinterher gerannt aber ah super das war eine lange mission aber auch ne war aber auch ein großes 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 gebiet einen hat es von uns erwischt fuck man it's so sad im einsatz getötet okay jetzt haben wir die nächste mission ne wir haben noch das autohaus oh das autohaus muss zugeben ich bin mit der Waffe eigentlich sehr zufrieden oha wir haben seeeeeeer viel freigeschaltet der ist in einer Krise der ist nur nur ängstlich ähm groß ne ne Krise ne Krise alle ne Krise ah stimmt einer ist ja getötet uff Kontrolle aber die wir erhalten wahrscheinlich die die bekommen ne und Sunny ja und Sunny gut und dann wechselt ihr ok Ernährungsberater haben wir ich würde die gerne alle in die in die Therapie schicken aber wir haben halt drei schon draus die Therapiedauer ist ein bisschen lang finde ich was haben wir denn als nächstes Elephant Science Center es wurde eine aktive Schließerin der Community College gemeldet oha oha das wird interessant All right everybody settle down and listen up we've got active shooters in the walk Community College campus from what we know right now they are contained inside the science wing but we all know that could change we've had numerous reports coming in and we know there are victims dead and alive we don't have time to mess around on this one how many shooters are there we don't know exactly the reports have been varied but we do know there are at least two but probably more two campus security officers are at the scene We don't know where, but we've got their details. And one is former LSPD. Do we have contact with them? No. We got the info based on what one of the 911 callers provided, and we don't have time to waste. We need to lock down that wing and close ground on them ASAP. I want you all to be ready. We're working to see if we can find a possible location based on the calls we're getting and the rooms the callers are in. But we're moving fast. If we don't have it when we pull up, we're going in without it. What are our entry points? The Science Wing has three main entrances. I want to hit all three at once. We're not giving them a chance to get out once we arrive. We've got uniforms coming in too. Locking down the campus and doing all the footwork. It should be obvious, but we're going in with lethal force boys. These assholes are shooting kids. My kid went to this college, goddammit. Das ist, glaube ich, super schwierig. Wir müssen so schnell wie möglich rein. Wir müssen sie aber am besten neutralisieren. Da bin ich leider sehr, ja, sehr deutlich. Ich glaube, was anderes können wir uns jetzt hier nicht gönnen. Wir müssen da rein und super schnell sein. Schon wieder haben sie keine gute Rüstung, ja? Okay, wünscht mir Glück. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Anruf bekommen, deswegen... Oh Gott. Oh, das ist aber... Sofort rein. Okay, komm, 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 komm. In so eine Gegend gehen wir nicht alleine. Los, rein, 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 rein. Los, rein, rein, rein. Lass mich gucken. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, man. Haben einen. Bist safe. Mach den fest. Kleiner Bastard, alter. Bombe. Das ist ne fucking Bombe drinne. Aber vorsichtig. Ja, ich würde auch gern rein. Ich gehöre dazu, Bruder. Oh, fuck, alter. Gib mir Deckung. Alter, was ist hier los? Alles gut, nein, ja, alles gut, alles gut, Bruder, alles gut. Ich muss aufmachen. Alles gut, wir gucken durch. Fuck. Schnell, 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 schnell. Wir müssen erst sichern. Er is safe. Diese Kantine. In College. Alles gut, Mann. Fuck! Schüsse oben. Schüsse oben. Was sind da drin noch? Ich stehe gerade übelst unter Stress. Fuck! Schneller, 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 schneller! Schneller! Wo sind die? Die sind ganz oben, ne? Ist niemand. Kleert. Alles gut. Nehmt sie. Nehmt sie. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Was haben wir hier unten? Ist die Aula. Ist die Aula. Ist die Aula mit der Bombe. Okay, gut. Okay. Alles gut. Wir müssen ein bisschen schneller sein. Gehen in und klar. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Los, 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 los. Ich gucke. Niemand. Da sind wir reingekommen. Was ist hier? Niemand. Wir gehen hier trotzdem rein. Na, verdammt. Wo sind die? Ich höre halt überall Schreie. Bombe. Ich hab ihn noch gesehen. Ich hab ihn noch gesehen. Ich hab ihn noch gesehen. Also. Das ist. Eine unglaublich taffe Mission. Also ich glaube, da renne ich eher vor. Okay. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich auf so eine enge. Ich glaube, ich nehme Schrotflinte. Auf so enge Distanz. Also. Wir haben halt auch Entfernung. Ja. Ich glaube, eine Schrotflinte bringt mir gerade hier mehr. Beweg dich weiter. Okay. Ausrüstung. Ich glaube, eine Schrotflinte wäre irgendwie angebrachter hier. Was nehmen wir? Ich nehme die M10. Wenn schon, denn schon. Dann rennen wir da rein und. Ja. Hä? Ich nehme mich die. Ich nehme die hier. Muzzleflash. Nee. Ich nehme den Vertical. Wir gehen da rein und. Rotzen alle so schnell es geht weg. Puh. Puh, Alter. Das ist eine super schwierige Sache. Mich hat es natürlich erwischt. Da sind einige sehr im Stress. Alles. Aha. Das ist echt schwierig. Ich müsste die halt alle in Therapie schicken. Okay, nochmal. Wir machen die nördliche Ausfahrt diesmal. Und dann stürmen wir rein und schießen so schnell wie es geht alle weg. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Schrotflinte rein. Das heißt, wenn ich irgendwas sehe, haue ich das einfach um. Wir müssen aber so furchtbar schnell sein, ne? Ah, wir haben jetzt keine Beanbag, ne? Beanbag wäre fast schon besser. Gerade wenn wir als erstes reingehen und wir wissen, das sind Geiseln. Okay. Mhm. Ich habe erstmal eine Pistole. Die würde ich als erstes erstmal auswählen. Links und rechts ist nüchtern. Irritiert mich. Schnell rein. Ich bin direkt am durchgucken. 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 Was ist denn da? Ich bin da! Ich bin da! Alles gut, nehmt den mit, den Jungen. Ist nichts, hier ist alles safe. Aber bewegt euch schneller. Wir müssen die Typen finden. Los, 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 los. Einen hat's wohl erwischt. Habt ihr gut erwischt. Sehr gut erwischt. Nehmt den mit. Haupthalle. No. 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 Untertitelung des ZDF, 2020